Ja, das ist nicht schön. Ich hab extra eine Spenden-Seite dafür gemacht und die heißt einfach DonateFürKorten.org Hehehehe So Leute, willkommen wieder. Wie geht's im Projekt für die Zähne? Das Spannendste. Ja, das Spannendste. So haben wir was anderem. Hast du eigentlich bei Plans for the Zombies Hintergrundmusik genommen? Nö. Weil dieses eine Lied klingt so wie das eine von Plans for the Zombies. Oha, wenn ich das Spiel spiele und dann kommt da so Plans for the Zombies Musik in Plans for the Zombies, dann ist das schluss. Was? Meine Hintergrundmusik klingt so ähnlich. Aha. Ja. Das ist spannend. Mhm. Ich hab die große Befürchtung, dass meine Turtle oben stehen geblieben ist. Ich werde jetzt mal eben hinschauen. So, wie viel bräuchte ich? War das ein Stack? Ich glaub das war... Ich glaub das war... Ich glaub das war ein Stack Refined Iron. Guck da mach ich mal einfach ganz schnell. So ein Cock. Ein Cock willst du machen? Ja. Heftig. Ach so diesmal wieder ohne Cam, weil ich halt scheiße aussehe. Aber das ist ja keine Neuheit. Hallo. Lebst du noch? Hi. Du lebst also noch. Ja. Ja. Ah, hier können wir. Die unendliche Wasserkülle dran. So. Ich... Hab mir so gedacht. Ich nicht. Ich hab den Fehler gemacht, das hab ich auch garantiert. Aus diesem Grund muss ich jetzt was ganz dummes machen. Hm. Dann mach ich mal 14 Eisen. In die Büchse. In die Buchse auch noch eine. Mhm. So. Fünf waren es, ja. Den... Ist hier stehen geblieben. Bin ich tot? Ich hab gar nichts verloren. Lol. Der Server hat auch irgendwelche Fehler, ne? Egal. Ey, dieses No Life for Gaming, ey. Die sollten wir hochladen. Ernsthaft jetzt? Das ist bisher der schlechteste Kanal hier. Der Welt. Das mindestens. Ja. Oh, yeah. Oh, ja. Oh, ja. Okay. So. So, die ganzen Sachen können wir rausschmeißen. Alter, war das wirklich 23? Was, 23? Was, 23? Warte nicht vorstellen. 23, warte mal. Eins? War... War es nicht. War es 24. Hä? Wie zum Teufel? Ich weiß es auch nicht. Mach ich mich doch nicht. Doch. Ich aber. Beim Ernst. Hä? Äh. 21, 24? Ja, okay. Da waren es 24. Habe ich mich halt um einen verrichtet. Und? Nein! Hä? Ich... Ich... Ich freue mich gerade mein Leben. Aus irgendwelchen Gründen sterbe ich nicht. Aber... Trotzdem. Ich dachte gerade ich bin tot. Naja. Hauptsache ich überlebe. Hauptsache ich bin tot, ne? Hauptsache ich lebe! Ja! Ich bin Stevie9FP, Alter. Hattest du etwa letztes Mal Cam an? Nö. Du... Du sagst dann wieder ohne Cam. Ja, wieder ohne Cam. Oder mal ohne Cam. Wieder mal ohne Cam. Oh nö, das war zu viel! Das war eindeutig zu viel. Stevie, bleib stehen! Wie viel war das denn? Das waren keine neuen, okay. Dann war es irgendwie 6 oder so. Cool. Äh... Mann, du mäh, ey. Ich wollte lieber gehen, glaube ich. Ja, ich bin lieber stationell noch an der... Unversorgung. So, so, so. Ja, passt natürlich nicht mehr rein. Ich hätte nicht die ganzen Shards wegwerfen sollen. Nee, jetzt echt nicht. Warum tust du so einen Scheiß? Warum machst du das? Ich brauche dir halt nicht. Warum? Weil ich nicht brauche. Ja, aber ich hoffe, dass du hast dann... Halt! Jetzt habe ich mich wieder... Ich hoffe, dass du hast dann viel angelernt. Ja, so kann es natürlich nicht weitergehen. Es waren doch 24, alles klar. So, dann kommt hier halt das Ding hin. Und... Der Project Table hier. Oder halt, jetzt mache ich es andersrum. So, 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 so. Nee, es war andersrum. Okay. Okay. Ich habe Nikolai noch. Okay. Und dann habe ich noch ein bisschen sehr viel Gay. Ich finde Iron. Ach, das... Tin... Tin und Tin Engels. Das ist natürlich... Aber wir können... Komm, mach mal so. Ein Stack wird schon reichen. Mein Kohle brauchen wir zwar nicht, aber... Nein. Bumi. So ein Stack anzellen wird bestimmt irgendwann mal nützlich. So, eine Ranch nehme ich jetzt auch immer mal mit. Ich werde mir glaube ich nicht... Ich habe schon einen. Weil das einfach... Ich weiß, dass du eine hast du Huhe. Warum? Ja, ist doch ganz leicht, die ist nicht schwer. Ja. Geil. Ich weiß, deswegen mache ich sie mir auch. Nicht. Doch, die mache ich mir. Hm. Bp. Ja, ich wollte mein Backpack öffnen, damit ich meine Sachen da reinpacken kann. Natürlich. Natürlich. Ach, Mann. Das mache ich eigentlich ins Projekt. Einfach alles was du in diesem Projekt machst du scheiße, einfach nur. So, ähm. Oh Gott. Hey. Das habe ich gehört. Was hast du mir kaputt gemacht? Das musst du reparieren. Alles schön. Ich... Jetzt. Lass mal mache ich meine Crossbow. Was? Ich brauche einen Bogen. Ja. Okay. Ach halt, ich brauche ja... Warte, 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 warte. So, so. So, und dann doch... Zack, zack. Was möchte ich hier erstmal machen? So, dafür brauche ich jetzt mal den hier, aber der ist jetzt nicht so dönerhaft, sondern der hier. Oh, ich brauche davon 16 davon. 16, 16, hm? 16 mal 6. Krass. Was wäre es, glaube ich, es waren... Warte mal, vier. So, voll. Sehr viel. Ich brauche vier Iron Ingots. Ja, das heißt, ich muss warten, bis mein Eisen oben fällig wird. Beim Messer Raider, beim Oven. Ich habe hier lags immer, wenn ich dann wieder Maschinen bin. Bisschen kacke. Dann tun wir... Dann lassen wir erst mal den Iron vortritt. Und danach den Silver. Währenddessen hole ich mir ein bisschen Silver ab. Ja, muss ich mir ein Crossbow gleich machen. Ich wollte eigentlich jetzt eine Crossbow machen und mich direkt... äh, auf... ...interessanten... ...Pferden begeben. Ach, warum... Ja. Oha. Dann brauchen wir auch Iron. Hm, hm. Ach, stimmt. Wie viele... Fünf habe ich hier? Und wie viele habe ich hier? Kann es sein, dass du gay bist? Kann es sein, dass du ein Junge bist? Eigentlich habe ich immer gerüst. Was anderes. Verdammte Scheiße, so. Ja. Alles ist gut. So lange du weg bist. So, ähm... Ja. Und ich brauche 96 Copper Cable. Somit wären das... Ich kriege 6 Dinger, wenn ich... 6 Gummi benutze. Aber beim Sex musst du ein Gummi benutzen. Das ist schon... ...verschoffen Vorteil. Ach, verdammt. Das ist... ...eineutig so viel. Eben. Hallo, Flieger. Hallo, ich bin die Flieger. Ach, verdammt doch mal. Ich brauche nur gehören, Sohn. Danke sehr. So, dann tun wir die ganze Kohle da raus. Ach, lol. Wie... What the fuck, ey. Das kommt auch mal aus. Hallo. Hi. Wie, da passt nichts mehr rein. Willst du mich verarschen? Wie? 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 Peter. Willst du mich verarschen? Hm. Deine Muri. Ne, ich hab ein bisschen davon raus. Braucht man eh nicht so viel. Deine Muri? Braucht nicht so viel von deiner Muri. Ist eh zu... Guuuuut. Kruzifix! Das hab ich keine Ahnung, ne? Das ist halt das Dumme an diesem ganzen Ding machen, ne? Das dauert einfach halt... Immer Bearbeitungszeit. Werde ich als nächstes? Ich kann... Ich kann jetzt lediglich warten auf dich. Warum auf mich? Bis du... 18 bist. Warum? Wartest du auf ne Schulhochzeit, oder was? Nein. Nein? Nein. Dann sind meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Ich hab gedacht, du bist... Bisschen behindert. Okay. Ja. Du bekommst jetzt eine. Hart oder weich? Hart. Mit Gefühl, aber trotzdem noch drin, weißt du, sowieso. Nee. Okay, du willst da so richtig reinhauen? Ja. So richtig in mein Face. Das tut mir jetzt aber ein bisschen weh. Im Herratzen. Du weißt schon, dass Körperverletzung ist, ne? Hm? Ja, das ist nicht gut. Juckt mich nicht. Mich juckt's aber... Ich weiß. Ich hab mich nicht mehr gewaschen, ne lange Zeit lang. Ich bin ja... Ein Gamer. Ekelhaft. Und darf mich nicht waschen. Achso. Hallo. Ihr seins. No life for gaming. Hä? Hier ist'n Morten. Warum Morten? Weil du Corten bist. Jaja. Hat mit Morten damit zu tun. Ja, Morten ist Corten. Und Corten ist Morten. Hab ich mit dir jetzt nicht erwartet. Aber von dir jetzt am nächsten. Von mir nicht, aber von Corten. Ja. Biss aber nicht Corten. Was? Nicht Corten. Du bist jetzt nicht gehört. Einen derartigen Namen anzunehmen. Du weißt schon, dass... Zwölf Kinder in Uganda daran gestorben sind. Weil sie diesen Namen haben. Ja, das ist nicht schön. Der Weg ist zwar eine Spenden-Seite dafür gemacht. Und die heißt einfach donate-für-Corten.org Und der kann man halt spenden für... Deine Cortens in Aserbaidschan oder Uganda. Was so? Damit die irgendwann mal... Einen Job haben. Und nicht so wieder... Das Original werden. Weißt du? Ja, die fühlen sich schon so angeekelt. Seitdem du ihnen erzählt hast. Ja, das... Deinen... Dreckigen Vorgänger haben. Ja, ich weiß, du bist sexuell erregend. Aber bitte nicht so umschreuen. Danke. Du bist ganz schön... Ganz schön horny, ne? Sieht. Warum kann man sich keine Rüstung aus Silber machen? Das ist richtig geil. So, der Baum ist gewachsen. For no life for gaming. Oh, guck ich mir gleich an. Sie sind eigentlich mal behaart, ne? Diese kleinen Bubis. Ich hab eigentlich mal einen Busch, oder? Ja. Jo, ich sehne Baum. Ich nehme jetzt eine Glass für blockieren, ok? Ich muss mal eit pausieren. So. Das war's, der Cut. Das war's aber auch gleichzeitig für diesen Part. Deshalb sag ich Tschau dir nächstes Mal. Bye, bye. Sag auch Tschüss. Tschüss.